Yo, es ist Mr. Mike. Heute mit dem Thema, ich habe was für euch Baller und naja, eigentlich hat der Carlo was für die Baller und zwar jetzt zu Ostern nochmal ein Sale, einen richtig feinen Sale mit dem Promo-Code STAYSAFE2020. STAYSAFE2020 unten in der Videobeschreibung nochmal beschrieben und der Link verlinkt zu seiner Internetseite, bekommt ihr 20% auf alles und sogar nochmal auf reduzierte Ware. Und jetzt erstmal die Leute, die jetzt heute zum ersten Mal den Namen Carlo hören. Carlo hat einen Shop, Online-Shop mit hauptsächlich End-One-Produkten, wie ihr hier seht. Ich habe schon so viele Videos von Carlo gemacht, weil er mir so viel Zeug zugesendet hat und da musste einfach jetzt nochmal ein Video her, weil 20% nochmal auf die reduzierte Ware. Du kriegst echt den TF1000, die EuroLeague Edition, 59 Euro im Sale nochmal 10% und nochmal die 20% mit diesem Promo-Code. Alter, da kriegst du den TF1000, glaube ich, für 45 Euro. Ich möchte mich jetzt nicht genau darauf festlegen, das müsst ihr unbedingt auschecken. Der TF1000, die EuroLeague Edition, der ist schwarz, braun, orange, orange, orange. Checkt einfach mal aus. Ey, auch, das ist einfach der TF1000, nur mit einem anderen Farbmuster, EuroLeague Edition, wie der Name schon sagt. Alleine das schon. Ey, super Angebot, da kann man schon mal nicht meckern. Dann, ey, End-One-Schuhe. Der Tai Chi, ihr wisst, den habe ich jetzt auch schon zwei, drei Jahre, glaube ich. Der hat natürlich schon ein bisschen abgenutzt, weil ich mit sehr viel Speed unterwegs bin. Tai Chi, Alter, muss ich da echt nochmal sagen, wie viele Schuhe ich von diesem Schuhmodell zu Hause habe. Absolut geiler, heftiger Schuh. Ey, den bekommst du jetzt auch. Für unter 50 Euro, glaube ich. Ey, den Tai Chi für unter 50 Euro. Ich muss nichts mehr sagen eigentlich. Natürlich die Leute, die End-One nicht kennen oder End-One noch nie hatten. Ey, gönn dir ein einziges Mal ein End-One-Produkt. Egal was. Eine Shirt, ein Shirt, Schuhe. Echt. Gönn dir einmal, mach deine eigene Erfahrung damit und dann gib mir dein Feedback, weil, ey, ich schwöre dir, du wirst begeistert sein. Vor allem für diesen unglaublichen Preis, ohne Scheiß. Ich komme jetzt gerade ein bisschen vor wie so ein Marketing-Werbe-Heini aus dem Fernsehen. So, ja, hier, was weiß ich. Kaufen, kaufen, kaufen. Aber, ey, wirklich, die End-One-Produkte sind einfach so unglaublich gut. Und Carlo hat davon einfach so viel wie kein anderer, wahrscheinlich ganz Europa auf dem Markt. Ist einfach so. Daher, ey, es ist ein Top-Ding. Es ist ein Top-Ding. Ich bekomme nicht mal Provision dafür. Carlo schickt mir immer nur Produkte zu, was ich alleine schon mehr als feiere, was mir schon genug ist, weil ich einfach diese Produkte so feiere. Alter, ihr kennt das bei meinen alten Videos, wenn ich ein Paket aufmache von Carlo, wo er mir Sachen geschickt hat. Alter, für mich fühle ich mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, weil ich halt weiß, diese Produkte bekommst du nirgends mehr. Wir Streetballer aus meiner Generation in den 90er Jahren, die wissen das noch mehr, weil die Sachen einfach schon so alt sind auch und da so lange gelagert werden. Aber trotzdem sind sie halt immer noch beste Qualität für besten Preis. Daher, was soll ich denn euch noch sagen? Ich kann es echt nur den Leuten immer wieder aufs Herz legen, die mit End-One noch nie etwas zu tun hatten, nichts von End-One kennen. Gönnt euch ein einziges Mal ein End-One-Produkt und dann könnt ihr sagen, ja man, Mike, danke dir. Weißt du? Oder natürlich auch, wenn du anderer Meinung bist, was einfach nicht sein kann, weil so eine beschissene, schlechte B-Ware kannst du gar nicht bekommen, weil es so gut ist, ist so. Also Feedback geben, eure Meinung, auch die Leute, die End-One-Produkte feiern, gönnt euch. Carlo hat auch gesagt, zu Ostern, wer über den Link jetzt hier bestellt, bekommt von ihm noch was geschenkt. Und auch jeder, der bei Carlo jetzt schon mal gekauft hat und mir persönlich dann auf Facebook oder Instagram geschrieben hat, alle haben es gefeiert, weil Carlo hat immer noch was obendrauf gelegt als Geschenk dazu. Und es sind wirklich feine, edle Geschenke, wo man sich echt denkt, wow, krass, Carlo lässt sich nicht lumpen, weil Carlo lässt sich nicht lumpen. Ist wirklich so. Also, wenn du da nicht begeistert bist von diesem Gesamtpaket, was du bekommst, umso mehr du kaufst, umso mehr Geschenke kriegst du dazu. Es ist wirklich, ey, es ist kein Geschleim in nichts. Ich mache sowas nicht, solltet ihr echt wissen. Ich mache sowas nur, wenn ich wirklich hundertprozentig zu dem stehe, wo ich weiß, hey, Qualität vom Allerfeinsten, top einfach. Verstehst du? Daher echt, gönn dir. Und schreibt mir gerne wieder persönlich, Feedback geben, würde mich auch sehr freuen. Ich packe das dann mal in die Insta-Story, weil das müssen auch mal die Leute mehr lesen. Habe es eh mal gemacht. Ja, was soll ich noch sagen? Echt, checkt den Link unten aus, checkt seinen Store aus, Checkt, was er alles am Start hat, weil es ist echt eine Menge. Er hat auch weitaus mehr NBA-Merch auch so ein bisschen, ein paar NBA-Figuren von verschiedenen Spielern, NBA-Fanbälle von NBA-Teams. Also, es ist jetzt nicht nur and one. Checkt ihn einfach mal aus. Ich glaube, ihr habt zurzeit ihr genug Zeit noch. Corona, ihr wisst ja selber. Und Promo-Code STAYSAFE2020 bekommt ihr 20% auf alles. Ja, Mann, so sieht es nämlich aus. Und jetzt wirklich genug mit der Werbung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Feedback noch geben, würde mich sehr freuen. Euer Mr. Mike. Boop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020